Wir sind davon überzeugt, dass Europa nur stark sein kann, wenn Frieden herrscht, wenn Menschen in Europa in Sicherheit zusammenleben können. Europa ist dann stark, wenn seine Demokratie geachtet und geschützt wird. Europa ist dann stark, wenn gute Arbeitsbedingungen herrschen und wenn die arbeitende Mitte profitiert. Europa ist stark, wenn Klimaschutz gelingt und zum Jobmotor wird. Und Europa ist stark, wenn die klügsten Köpfe und die fleißigsten Hände hier ihre Heimat und Zukunft sehen.